Keine Sorge, das ist kein antikes Original, sondern ein sogenanntes Nostalgie-Telefon. Und das bekommt ein Makeover für ein ganz spannendes Projekt. Das sind die ehemaligen Telefonzellen des Hotel Bristols in Wien. Und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, die umzugestalten. Keine leichte Aufgabe, denn für ein Design ist hier flächenmäßig sehr wenig Platz. Für mein Design habe ich mich vom weltberühmten Maler Klimte inspirieren lassen und zwei seiner Kunstwerke verfremdet. Entstanden sind zwei Miniaturmuseen im Social Media Style. Hotelgäste können sich jetzt hier fotografieren und etwas über die Geschichte des Hotel Bristols erfahren. Dafür müssen Sie einfach nur einen der beiden Telefonhörer abnehmen und lauschen, was die Telefonzelle so zu berichten hat. Hotelgäste